Herzlich willkommen zum Video-Tutorial zur LPM Calliope Minikarte 9 Helligkeitsampel. In diesem Tutorial lernen Sie, dass eine Aktion des Mini an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Man spricht hier auch von einer bedingten Anweisung. Im folgenden Beispiel misst der Mini die Helligkeit der Umgebung und reagiert darauf, indem er die RGB-LED auf Rot setzt, wenn es dunkel ist, oder auf Grün, wenn es hell ist. Starten Sie ein neues Projekt und benennen Sie es sinnvoll. Ziehen Sie nun aus dem Bereich Grundlagen den Block dauerhaft in das Arbeitsfeld. Hängen Sie aus dem Bereich Logik den Wenn-Wahr-Dann-Ansonsten-Block in die Dauerschleife ein. Dieser Block reagiert so, dass an der Stelle des Puzzleteils Wahr eine Bedingung ausgewertet wird. Ist diese wahr, so wird der Programmteil dann ausgeführt. Ist sie falsch, wird der Programmteil ansonsten ausgeführt. Lässt man den Block so stehen, wird also immer der Teil dann ausgeführt. Ersetzen Sie das Puzzleteil Wahr durch das Puzzleteil 0 kleiner 0 aus dem Bereich Logik. Der Mini verfügt über einen Lichtsensor. Der Wert wird in einer Variable abgespeichert. Diese finden Sie unter Eingabe Lichtstärke. Nehmen Sie sich diesen Block und ersetzen Sie damit die vordere 0 im Vergleich. Die Variable Lichtstärke kann Werte zwischen 0 und 255 annehmen. Ändern Sie die zweite Zahl auf den Schwellenwert 130. Wenn es zu dunkel ist, die Lichtstärke also unter 130 liegt, dann soll die RGB-LED rot leuchten. Klicken Sie also auf Grundlagen und hängen Sie den Block Setze LED-Farbe auf rot in die Dann-Klammer. Machen Sie das gleiche in der Klammerung ansonsten. Ändern Sie dort jedoch die Farbe auf grün. Das war's schon. Der Mini liest jetzt dauerhaft die Lichtstärke vom Lichtsensor und zeigt ein rotes Licht, wenn es dunkel ist, und ein grünes, wenn es hell ist. Falls das bei Ihnen nicht gut funktioniert, müssen Sie gegebenenfalls den Schwellenwert anpassen. Wir wünschen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!